ChatGPT kann für dich Bilder erstellen und seit dem letzten Update auch ganz punktuell bearbeiten. So bekommst du immer in wenigen Sekunden genau das Bild, was du auch wirklich haben willst. Ich zeige dir jetzt, wo du diese neue Funktion findest und wie sie funktioniert. So, ich befinde mich jetzt an ChatGPT in der Version 4.0 und ich lasse mir jetzt mal ein Bild erstellen. Ich schreibe also, erstelle mir ein Bild von einer KI, die telefoniert. Falls du es nicht wusstest, genau das bieten wir auch an. Wir lassen deine Telefonate durch eine KI erledigen und genau dafür brauche ich jetzt für einen Vortrag ein Bild. So, jetzt wird hier ein Roboter rauskommen und was du ja schon kennst, ist, dass du jetzt hier weiter prompten kannst. Also zum Beispiel sagst, ja, mach die KI vielleicht netter, weiblicher, menschlicher. So, das heißt, das Bild wird jetzt neu überarbeitet und das Problem bei diesem Neu-Überarbeiten ist immer, dass ChatGPT im Prinzip immer wieder bei Null anfängt und jetzt ein ganz anderes Bild macht. Du wirst also sehen, der Hintergrund wird nicht der gleiche sein und auch die Figur wird nicht die gleiche sein. Du siehst, also hier hat sich jetzt so ziemlich alles verändert. So, und jetzt kann ich seit dem letzten Update auch punktuell hier reingehen und einzelne Dinge verändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Punkt, den sie hier auf der Stirn hat, nicht möchte, dann klicke ich das Bild an. In dem Moment wird es groß. Jetzt siehst du, das Bild ist hier groß. Ich sehe jetzt hier an der Seite noch den Rahmen. Und jetzt habe ich hier oben diesen Pinsel. Heißt, ich kann jetzt hier reingehen, kann hier links oben auch die Pinselgröße verändern und jetzt hier zum Beispiel draufdrücken. Und ich drücke auch mal hier noch drauf und sage, retuschiere das weg. So, jetzt lasse ich ChatGPT da nochmal drüber gehen und jetzt wird ChatGPT punktuell das gleiche Bild beibehalten, aber genau diese zwei Dinge ändern. Es kann sein, dass sie jetzt komplett verschwinden oder dass am Ende noch irgendein Überbleibsel ist. Das werden wir gleich sehen. So, du siehst, das Bild wurde jetzt neu gemacht und hier habe ich die neue Version. Hier nochmal die alte mit dem Punkt hier oben und unten und hier die neue ohne Punkt oben und ohne Punkt unten. Das heißt, du klickst einfach das Bild an und gehst hier auf Auswählen. Wir können das Ganze natürlich auch noch weiter fortführen, wenn ich jetzt ein paar größere Änderungen habe. Dafür erstelle ich jetzt mal ein neues Bild. Ich sage, ChatGPT, erstelle mir einen Affen, der vorm Computer sitzt und dabei eine Zigarette raucht. So, vielleicht brauche ich auch dieses witzige Foto für einen Vortrag. Und jetzt werden wir mal ein bisschen größer in der Umdimensionierung. Jetzt sehe ich hier den Affen. Sensationelles Bild. Warum hier eine Brille schwebt zum Beispiel, weiß kein Mensch. Da hat ChatGPT sich irgendwas beigedacht. So, das heißt, ich mache jetzt mal hier oben den Rahmen weg. Und wir machen mal auch die Bierflasche weg. Oder einen Moment, wir machen das erstmal so. Ich sage hier erstmal Schritt 1, retuschiere das weg. So, jetzt haben wir also schon mal keine Brille mehr und keinen Bilderrahmen mehr hier oben in der Ecke. Und nun versuchen wir etwas anderes. Jetzt versuchen wir von dem Affen das Ohr etwas kleiner zu machen. Dafür markiere ich das und sage, mache das Ohr etwas kleiner. Wir schauen mal, ob ChatGPT in der Lage ist, den Befehl zu verstehen und jetzt hier ein Ohr nur in etwas kleiner zu machen. Und du siehst, auch das hat funktioniert. Wir haben vorher den Affen hier mit dem größeren Ohr und haben jetzt den Affen mit einem, ja doch etwas kleineren Ohr. Also du kannst auch hier Befehle eingeben, dass du Dinge veränderst. Man kann jetzt auch versuchen, diese Flasche hier in eine Cola-Flasche zu verwandeln. Da kann ich dir allerdings sagen, das wird etwas schwierig, weil das habe ich schon bei anderen Bildern versucht. Und immer dann, wenn du eine Kleinigkeit anders haben willst, wird sie häufig einfach wegretuschiert. Das heißt, hier ist ein bisschen Versuch und Irrtum angesagt. Also probiere dich da einfach mal rein und schau, wie du neue Bilder einfach auch ändern kannst. Hier jetzt gerade bei dem Ohr hat es perfekt funktioniert. Bei der Flasche Bier zum Beispiel hat es vorher nicht funktioniert. So, okay. Dann probieren wir noch ein drittes Beispiel. Ich möchte jetzt ein Bild von einem Unternehmer haben, der auf einem Goldschatz sitzt und mit einem Fernglas aber etwas sucht, und zwar in der Distanz. Jetzt lasse ich mir auch hierfür ein Foto erstellen. So, das Foto ist da. Sieht auch richtig gut aus. Interessanterweise hat er jetzt hier ein Fernglas in der Hand. Eins hat er vorm Auge. Es sieht auch so aus, als hätte er irgendwie jetzt ein komisches Fernglas vorm Auge. Aber sei es mal drum hingestellt. Wir machen jetzt folgendes. Ändere das Format in 16 zu 9 und zoome weiter raus, sodass der Goldschatz größer wird. So, ich habe also jetzt gesagt, er soll dieses Foto nehmen und er wird jetzt aber wieder ein neues Foto generieren. Das heißt, wenn mir das jetzt von der Art schon gefallen hat, ist okay, aber grundsätzlich kennt ChatGPT die Richtung, promptet mir ein neues Bild. Du siehst, jetzt hat er auf einmal einen Hut auf, hatte er vorher nicht auf, aber genau das ist das, was ich haben wollte. Und auch dieses Foto kann ich jetzt hier wieder punktuell bearbeiten. Ich sage, okay, hier gibt es einige Dinge, die sind vielleicht für mich unlogisch. Das hier macht für mich wenig Sinn, das macht wenig Sinn, das hier macht wenig Sinn, diese großen Kugeln hier machen wenig Sinn, was auch mal das sein soll. Das nehmen wir mal weg, das hier nehmen wir weg, das hier nehmen wir weg und das hier nehmen wir weg. So, jetzt habe ich auch hier den Prompt gegeben, bitte retuschiere das alles weg. Und im Idealfall haben wir jetzt hier natürlich fortlaufend Münzen, also nicht ein Loch und hier auch eine fortlaufende Wolke und hier auch einen fortlaufenden Himmel. Und du siehst, zum größten Teil hat das funktioniert. Wir haben halt jetzt hier irgendwie noch einen Bereich, den hat er noch nicht ganz verstanden, dass er das hier auch wegretuschieren soll. Das hier ist weg, das hier ist weg, das hier unten hat sich etwas verwandelt. Hinten, das am Himmel hat ganz perfekt geklappt. Und jetzt kann ich hier das Ganze nochmal vollgepumpen, retuschiere das weg. Und nun siehst du, sieht das Bild genauso aus, wie ich es haben wollte. Wir haben jetzt hier keine komischen Türme mehr, wir haben keine großen Kugeln mehr. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Du siehst also, ChatGPT kann mittlerweile nicht nur immer besser Bilder generieren, sondern du kannst bestehende Bilder umformatieren in sowohl das Format 16 zu 9 oder 9 zu 3 oder was auch immer du für ein Format brauchst. Du kannst das bestehende Bild umprompten, reinzoomen, rauszoomen und du kannst jetzt ganz punktuell durch diesen Pinsel einzelne Dinge wegretuschieren oder auch vergrößern, verkleinern, verändern. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Feature. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir gerne ein Gefällt mir da. Automatisierung Alles geht wie von allein Marketing-Magie Mit Automatisierung So fein